Wo guckt Verstärker Stationen? Sie sollten man eigentlich halten. Verstärker Stationen sollte man eigentlich immer halten aus Prinzipien. Yo Leute, willkommen zurück zu Blende 2. Heute wieder allein von meiner Sicht. Und ja, ich bin heute allein. Die anderen zwei Penn noch oder was ist das? Geier. Ja, dachte ich nehme mal wieder ein bisschen auf, ist jetzt schon ein Weile her, weil wir momentan eher arg spielen, beziehungsweise Marco und Sven mehr arg spielen. Ich spiele momentan eher nichts, weil, ach, Fasching ist und da ich nicht sehr viel Zeit habe, was zu spielen. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und dachte mir, ich hau mal wieder ein paar Folgen hier durch, damit wir auch wieder ein bisschen was im Stream haben. Arc ist eigentlich ein relativ lustiges Spiel, so gefällt mir eigentlich auch recht gut. Aber, ich werde schon mehr beschossen. Ja, muss mir noch ein bisschen reinfinden, die Zeit vor allem dafür haben, die, wo ich leider nicht habe momentan. Und ich sterbe schon wieder. Leck mich doch. Aber was will man machen? Man kann nicht alles haben, aber unser Kanal wird auf jeden Fall weitergehen und neuer Stuff. Ich habe euch auch Arno X folgen. Müsste ich eigentlich nur rendern und hochladen, dann könnte ich euch Arno zeigen. Habe ich auch schon angespielt und Let's Play und hin und her. Nur noch keine Zeit gehabt, das zu rendern. Es tut mir leid, Leute. Momentan bin ich echt ein bisschen... Wow, fuck. Überfordert mit dem ganzen Zeugs. Aber wir haben jetzt 253 Abonnenten. Das finde ich richtig klasse von euch, dass ihr uns so supportet. Ihr könnt uns auch gerne teilen und noch mehr supporten. Und wir hätten uns jeden Like, Kommentar und so. Post wie viel, negativ. Da freuen wir uns. Na gut, jetzt haben wir die B.S.E. verloren. Dass wir über jeden Kommentar eigentlich glücklich sind. Und... Auch alles immer kommentieren oder beantworten, wenn wir was bekommen. Ne, das machen wir erstmal Multigal. No, 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 no. Ja, ein paar habe ich gekillt, glaube ich jetzt mal. So vier. Und wie haben wir? Drei. Nemesis Kill. Zwei Rache Kill. Bisschen gemessert. Guck, jetzt haben wir die Base verloren. Kommen wir jetzt hier. Wokaku. Wokuk. Verstärkerstation. Sie sollten wir eigentlich halten. Verstärkerstation sollte man eigentlich immer halten. Genau, das Prinzip schon. Naja. So viele Schanken... Oh, doch, die sind schon ordentlich drin. Gott sei Dank war das ein Lappen. Entweder hat er geleckt oder... Ich weiß auch nicht. Naja, so ich darf nicht auf die Brust schießen. Gegen Warnussschilde hast du keine Chance. Oh, jetzt muss ich gleich niesen. Entschuldige mich schon mal. Aber auch nicht. Oh, ist das... Ist das, wenn ihr euch nicht niesen könnt? Das ist assi. Alter, wie viele stehen denn da drin? Wie viele sind da drin? Komm nicht mal in unser eigenes Depot rein? Das ist ja wie behindert. Alter, wer ist da oft, mich zu beschießen? Jetzt von hinten? Ja, Spion. Stalker. Fuck off. Na gut, dies dann ist... Wir cappen. Ah, das können sie nicht halten. Das ist klar. Dass sie das nicht halten können. Mit dem Verhandel. Sobald da ein bisschen stärkere Gegenwehr kommt, ist das verloren. Im Normalfall. Guck, da ist da noch alles aufgeplatzt. Vor allem, wenn wir mehr Panzer spawnen können. Da ist er. Arschgeige, du elendige. Ganz genau gewusst, dass du da noch stalkst. Ja, das ist vorsichtig, da haben wir mal ein paar Kuhlen reingejagt. Noch ein paar Punkte sammeln. Ach, die Station ist gesaved. Damit keine Chance. Aber Generatoren haben sie zur Stelle zu reinkommen. Sind sie aber noch da? Generatoren in Gefahr. Bis schon gleich. Im Haus sind auch einer. Haben wir hier? Scheint mir so. Gehen wir mal hier rüber. Das Sandfeld ist auch weg. Da ist noch ein Flashy-Flash. Aber das war's dann auch schon. Kannst du ja nicht beschießen. Aber hier ist noch keine Sonderweil im Weg mehr. Also, ist es safe. Wo werden wir jetzt angegriffen? Ja, gut, das haben wir. Da ist ein ordentlicher Pfeil gegangen, aber da sind wir untergelegen. Jetzt warten wir noch kurz die Minute ab und dann gehen wir rüber. Also, wie viele Pünktchen mitnehmen. Oh, die Chief-Mans auf jeden Fall. Wie Chief-Mans mitnehmen kann. Na gut, leck mich am Arsch. Scheiß auf die Chief-Mans. Lieber Gameplay zeigen, als hier warten, bis man hier schwarz wird. Ja, klar, jetzt haben wir hier aber auch keine Spawn-Möglichkeit bei Tumas. Manchmal hier angreifen. Boah, wie viel Kills brauche ich noch? Oh, nur noch 190 Kills, um das auf Erachter zu spielen. Irgendwas, weiß wohl nicht was, aber vielleicht eine andere Einheit, das auch. Also, wir müssen hier noch warten, stimmt. Weil mir das ja noch nicht besitzen, das andere. Aber schön eingesprokene Hechtgrätsche da. 2.1, jetzt kriege ich was. Gibt's Wertpunkte. Und Verdienstabzeichen. Punktkontrolle. Jetzt müssen wir es nur gemütlich 4 Minuten lang halten. Der Gegner ist hier noch ziemlich ruhig mit 1 bis 12. War nur einer da bisher. Aber ein Spiel muss hier irgendwo sein. Der Tazert. Tazert ordentlich. Ich weiß nicht, dass man so viele Punkte abschießen kann. Da ist er. Der hat immer noch den brennenden Kopf drauf. Da kommt auch einer rein. Ist auch weg. Da hüben, rennt noch einer rum. Such den Tod. Weil er lebt noch. Dann müsste welcher rauskommen. Ja, ich weiß. Ich cap hier ein bisschen, aber. Machen wir eine Granate mal rein. Kommt er jetzt? Das ist ein Spion. Ich sag. Der Hüben rennt noch einer rum. Ich glaube, jetzt wird es mehr. Kann das sein? 12 bis 24. Ja, jetzt wird es mehr. Da hinten sind sie. Die kommen vom Spawn. Ich sollte mal abfangen. Da ist er. Und tschüss. Ich weiß nicht, wie ich ihn so schnell grillen konnte. Ach du Scheiße. Ah, überrannt. Wow. Fuck off you, bitch. Was geht denn mal von der Seite? Aber drei Stück. Oh, na gut. Wir sind überrannt. Bis zum nächsten Mal.